Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für deutscher Punschkuchen. Als Punsch wird ein alkoholisches Heißgetränk bezeichnet, das ursprünglich aus Indien stammt und aus 5 Zutaten besteht. Hier der Punschkuchen handelt es sich um einen mit Alkohol und Gewürzen parfümierter Rührkuchen. Für 1 Kasten Kuchen werden folgende Zutaten benötigt. Rührkuchen 300 Gramm Weizenmehl Type 405 Packung Backpulver 125 Milliliter Vollmilch 60 Gramm Kakao Kein Instant Kakao zum Beispiel Nesquik oder Kaba 75 gemahlene Mandeln 200 Gramm Butter 200 Gramm brauner Zucker 4 Eier 10 Gramm Vanillezucker oder eine Packung Fertigprodukt 80 Gramm gemahlene Mandeln 2 bis 3 Teelöffel Gehlebkuchengewürz oder eine Packung Fertigprodukt 1 Esslöffel Zitronenabrieb 1 halber Esslöffel Orangenabrieb MSP Cayenne Prise Salz Backform 1 Esslöffel Butter 1 Esslöffel Butter Weizengrieß Garnitur 200 Gramm Puderzucker 3 Esslöffel weißer Glühwein 1 Esslöffel Arak 1 Esslöffel Zitronensaft Je 20 Gramm Orangiat und Zitronat Folgende Utensilien werden benötigt Holzlöffel Küchenmaschine mit Schneebesen plus Rührbesen Kastenform Schneebesen Messbecher Küchenwaage Teigschaber Kuchengitter Backgitter Küchenpinsel Geschirrtuch Küchenpapier Schüsseln Zubereitung Kuchen und Form Das Backrohr auf Ober-Unterhitze bis 200 Grad Celsius vorheizen. Die Kuchenform mit Butter einfetten und mit Grieß ausstreuen. Das Mehl, den Kakao, das Salz und das Backpulver mit einem Holzlöffel verrühren. Die Butter, den Zucker mit dem Vanillezucker in der Rührschüssel schaumig schlagen. Die Eier nach und nach unterrühren. Die Mandeln, den Abrieb mit den Gewürzen dazugeben. Den Schneebesen von der Küchenmaschine abnehmen und Knäthaken verwenden. Das Mehlgemisch und die Milch abwechselnd unter das Eiergemisch geben. Den Teig so lange rühren lassen, bis sich alle Zutaten gut vermengt haben. Den Teig, Zubereitung, abschmecken, abschmecken und in die Kastenform geben. Das Gitter auf der zweiten Schiene von unten in das heiße Backrohr geben und etwa 50 bis 60 Minuten backen lassen. Der Kuchen ist dann fertig, wenn beim Einstechen und Herausziehen mit einem Holzstab kein Teig mehr hängen bleibt. Den leicht abgekühlten Kuchen aus der Form nehmen und auf ein Kuchengitter geben. Garnitur Das Orangiat und Zitronat klein würfeln. Alle Zutaten mit einem Schneebesen oder Holzlöffel in einer Schüssel glatt rühren. Den Kuchen mit diesem Guss überziehen. Den Kuchen auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Nun ist der Kuchen servierfähig. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee oder heißer Kakao, Schlagsahne oder Vanillesahne. Diese Varianten gibt es Zusätzlich etwas frisch geriebenen Ingwer unter den Teig rühren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!